Leute, heute sind wir in einem 1 vs. 1 Turnier. Ich bin hier mit einem Overpro, glaube ich. Äh, hoffentlich nicht. Zack, okay, den ersten haben wir geschafft. Den zweiten haben wir auch geschafft. Den dritten haben wir auch geschafft. Okay, den schaffen wir auch. Zack, easy. Und jetzt müssen wir es hier relativ flawless drüber schaffen. Unser Kollege hat das hier gerade nicht geschafft. Dann sind wir schon mal eine... Shit, shit! Eine Gruppe weiter. So, wir beeilen uns. Nee, wir nehmen nicht die Abkürzung. Das wäre sonst zu gefährlich. So. Und zack. Und der letzte. Und wir haben es geschafft. Nice, okay, wir sind qualificated. Wir müssen uns jetzt in diesem Turnier so oft qualifizieren, wie es geht, um es eventuell zu gewinnen. Ich habe das erste Spiel schon mal gewonnen. Das ist schon mal sehr nice. Aber mal gucken, ob wir die nächsten auch gewinnen. Wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Wir müssen hier direkt auf Play drücken, damit wir so viele Matches, wie es geht, machen können. Okay, da kommt direkt der Nächste. Das ist aufregend, aber Leute, es ist alles ein Ding des Mindsets. Und wenn ihr schlechte Mathe seid, es ist einfach so ein Mindset. Ihr müsst einfach denken, ich bin der Beste. Ach so, ich dachte, ich wäre schon allein. Das wäre ein krasses Mindset gewesen. Nein. Oh Gott. Oh shit. Der weiß, wo es lang geht. Der weiß aber anders, wo es lang geht. Shit! Okay, das sieht nicht so danach aus, als würden wir das gewinnen. Ja, scheiße. Oh oh. Oh Gott. Okay. Ähm, den überlassen wir ihn einfach. Oh Gott, ey, ich bin so verloren, Alter. Ich bin so lost. Komm. So, wir springen jetzt hier rauf. Okay, gut. Naja, die mussten wir überlassen. Wir waren ein bisschen nervös. Okay, nächste Runde direkt. Wir hoffen, wir bekommen jemanden, der nicht so stark ist eventuell. Das wäre stark. Aber unser Special Skin, der strahlt schon was Gefährliches aus, Leute. Oh ja, daran bin ich gut. Okay, daran sind wir doch gut, Leute. Das ist alles kein Problem. So, das haben wir geschafft. Das auch. Sehr, sehr nice. Okay. So, wo ist eigentlich unser Kollege? Der ist ein bisschen hinten. Ah ja, da ist er. Ich frage mich, wie schwer das hier noch alles wird. Oh, ich bin rüber geflogen. Lol. Das war gar nicht so abgesehen. Jo, ich bin qualificated. Ja, cool. Nice. Okay, zwei Wins haben wir bis jetzt. Komm, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Das nächste Match, das lädt noch. Das lädt ehrlich gesagt ziemlich lange. Oh, Leute, Alter. Mein Match, das hat die ganze Zeit nicht geladen. Das ist wertvolle Zeit, die hier weggeht. Oh no. Darin bin ich nicht so gut. Aber egal. Da braucht man ja einfach nur ein bisschen können und dann geht das schon. Oh Gott, shit. Das war doof. Wow, der ist richtig heftig weggeflogen. Dann kommen wir hier hin. Dann gehen wir nach da. Wunderbar. Dann gehen wir nach hier. Und gehen direkt rüber. Zack. Läuft gut für uns. Wir sind relativ weit vorne. Schade. Das hier ist jetzt leider abgefahren. Das kriege ich auch. Shit, der ist direkt bei uns. Jetzt müsste ich nur wissen, wo das Ding ist. Ich hoffe, es ist Mitte. Ich hoffe, es ist Mitte. So. Es ist Mitte. Nice, nice, nice. Qualifiziert. Nice, okay. Geschafft. Puh. Gegen CR7. Wir spielen gegen Ronaldo, Leute. Fußball wäre dann angebracht. Ah, schon wieder das. Okay, das können wir. Das können wir. Wir sind jetzt in Übung. Oh, ich dachte, ich schaffe den Sprung hier nicht. Oh Gott. Shit, der ist überschnell. Yes. Nein. Da waren wir zu gierig. Einfach zu gierig waren wir da. Und haben den Wind eiskalt durch unsere Hände fliegen lassen, Alter. Oh, hätte ich nur ein bisschen gewartet, Alter. Dann hätte ich es vielleicht geschafft. Mann. Okay, da kommt der erste Laser. Den haben wir. Der zweite Laser. Wo kommt der? Ah, da schreibt jemand. Okay, die... Zack. Jetzt muss ich... Jetzt darf ich mich nicht verwirren, weil gerade eben hatten wir so viel Gravity. Darf ich jetzt nicht denken, dass ich irgendwie Gravity oder sowas hätte? Oh no. Okay, den schaffen wir aber. Easy. Zack. Goodie, Leute. Goodie. Okay, da kommen jetzt richtig viele Laser. So. Da kommt der eine. Und da kommt der eine. Da kommt noch einer. Und wir müssen das alles hier schön im Blick haben. Okay. So. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen... Jetzt werde ich hier gerade ein bisschen nervös, du. Na. Ah, okay. Das geht. Das geht, Leute. Das lypt doch. Nein. Ich bin als erstes verbrannt. Shit. Das war nicht so gut. War nicht so gut. Das kann ich gar nicht. Darin bin ich überwärts. Ich bin zu ungeduldig für sowas. Lava. Oh Gott. Oh Gott. No. Ich bin auch runtergefallen. Shit. Oh no. No. Jo. Gesaved. Gut. 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 Nicht. Gut. Ja. Schön. Sauber. 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 Jetzt müssen wir hier kurz warten. Und jetzt weiter. Schön. 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 Die Lava steigt. Deshalb müssen wir auch hier kurz warten. Okay. Oh no. Der ist da an der Seite. No, 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 no. No, 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 no. Yes. Er ist irgendwo gegengefahren. Da frage ich mich gerade. Wo, ehrlich gesagt? Aber. No. Oh Gott. Ah. Ja. Ich habe noch nie dieses Level hier geschafft. Noch nie. Bam. Weil er irgendwie gegen eine Wand geflogen ist. Verstehe ich auch nicht. Ah. Nicht schon wieder das. Ist das wieder der eine Typ, gegen den wir gerade eben gespielt haben? Nee. Oder doch. Ich glaube, das ist derselbe. Scheiße. Das ist derselbe, Leute. Alter, war das dumm, Alter. Das war so richtig dumm. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben es nicht weiter geschafft. Nur die Top 33 schaffen es weiter. Und wir waren irgendwie Platz 94 oder so. Oh, legendär. Oh, schade. Fünf Juwelen nehmen wir aber trotzdem mit. Wir schauen mal an den Battle Pass, ob wir da was holen können. Ja, Fußabdrücke können wir holen. Ist nice. Wir können einen gewöhnlichen Skin oder besser holen. Vielleicht ist das Glück ja heute mit. Und so, sie kriegen den zweiten Special Skin. Das sieht aber nicht so aus. Und dann haben wir hier auch noch einen Spin. Mal gucken, was da rauskommt. Legendary. Special. Special wäre nice. Aber es kommt leider kein Special, sondern selten. Den haben wir aber noch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Dann machen wir mal einfach so ein Spiel, Leute. Mal gucken, ob wir das gewinnen können. Okay, wir sind ready. Okay, alle sprinten hier fröhlich los. Wir sind in der Welle. Wir lassen uns... Oh, shit. Oh, shit. Okay, ich weiß noch nicht mal, ob wir die erste Runde schaffen, Leute. Okay, das war jetzt nicht so gut. Oh, mein Gott. Alter Schwede, bin ich schlecht heute drauf. Bin hier nicht in Topform heute. Da ist wieder so ein epischer Special, meine ich natürlich. Aber ich finde alles episch. Oh, no, bin ich doof. Ich bin so doof, Leute. Ich bin so unfassbar doof. Leute, sagen wir, das war eine Testrunde. Ey, wie kann man so viel Pech haben, Alter? Das wusste ich nicht, dass das geht. Oh, danke für die Bremsung, Brudi. Komm schon. Nee, 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 nicht den erwischen. Boah, den hätte ich fast mitgenommen. Zack, aber jetzt gehen wir hier. Steh doch wieder. Au, vergiss dir einfach nicht auf. Gestanden ohne Witz. Das Spiel, das laggt. Ich bin die Letzte, die reinkommt. Oh, mein Gott, Alter. Okay, ich glaube, wir sind der einzige Special Skin hier in der Runde. Das gibt uns Selbstbewusstsein, Leute. Zack. What the heck, Alter. Da hätte ich fast wieder richtig heftig Pech gehabt. Richtig ins Klo gegriffen, ey. Zack. Wir gehen ab durch die Mitte. Oh, der will mich umarmen hier. Der will mich umarmen. Bin so doof. Okay, Freunde. Ich verspreche es euch. Wer ist das denn? Warum hat der nur rote Schrift? Was ist denn mit ihm los? Zack. Zack. Ist der irgendwie so ein Admin oder sowas? Ist der ein krasser Dude? Steh auf. Steh auf. Steh auf. Wenn du ein Special bist. Steh auf. Wenn du ein Special bist. Steh auf. Da kann man scheinbar eine Abkürzung nehmen. Aber die nehmen wir lieber nicht, weil wir kleine Schisser sind. Zack. 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 Schaffen wir. Komm, wir müssen vor dem Roten reinkommen. Jawohl. Diese Runde gewinnen wir safe, Leute. Safe Call. Hä? Was ist denn da los? Hä? Ich glaube, mein Stumblegeist wird gerade gehackt. Was ist hier los? Hä? Was ist hier los? Was ist das? Hä? Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Oh no. Das ist eine komplett andere... What the heck? Das ist eine komplett andere Map. Äh, Leute? Ich glaube, ich habe alles im Leben gehackt. Äh. Ich komme da for real nicht weiter. Hallo? Was? Also, ich verstehe das hier gerade alles nicht. Überhaupt nicht. Kann der fliegen? Ist das ein Hacker? Hallo? Häckst... Oh, er ist weg. Oh man. Okay, wir müssen den irgendwie verfolgen. Oh okay, erst weiter. Leute, die... Die Leute können das hier blind. Die Leute können das einfach blind. Und ich komme dann nicht mal die ersten paar Meter. What the heck? Komm, 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 komm. Ja, was kommt als nächstes? Bin ich weitergekommen? Ja. Ich habe einen Checkpoint. Jawohl. Mist. Ich habe einen Checkpoint. Hier. Hier ging es, glaube ich, lang. Und dann ging es so... Oh no. What the heck? Hä? Mist. Okay, Leute. Stumble Guys wird wohl gerade gehackt. Deswegen bin ich auch so schlecht. Ne? Das ist ganz logisch. Okay, Leute. War eine interessante Runde. Mit einem komischen, krassen Bug. Oder was es auch immer war. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr alles einen Daumen nach oben da habt. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und haut rein. Oder tschüss. Tschüss.